Ich glaube, Sascha Hin hat seine ganz eigene Methode zu Schauspielern. Da sind sie! Er hat ja erzählt, er hat es in Hollywood und so weiter probiert. Das spürt man einfach, dass er genau weiß, was er tut, wie er es tut. Ja, das sind so, das sind sehr intime, tiefe, künstlerische Prozesse. Rauchspieler muss seinen Text können, pünktlich sein, nicht gegen die Kulissen stoßen. Es ist auch jemand, der sehr offen über diese Prozesse reden kann. Und ganz wichtig, Top-Verhältnis nach oben. Oft wird ja gesagt, das große Ziel von Schauspielern ist jetzt seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit. Nee, Sascha Hin beweist, dass man eben nicht wandlungsfähig sein muss. Ja, Sascha Hin ist schon jemand, der, wenn er einen Raum betritt, die Blicke auf sich zieht. Durch die Tür gehen und lächeln. Überzeugend, ruhig, charmant. Das ist eigentlich die Schwierigkeit unseres Berufes. Selbst der Zuschauer zu Hause vorm Fernseher sitzt und Sascha Hin betritt den Raum und man ist begeistert. Und das strahlt er aus. Motiviert? Ein Neuanfang. Drehschluss. Drehschluss. Drehschluss.